Die Gruft des Tyrannen ist der vierte Teil der Abenteuer des Apollo-Reihe, in der der ehemalige griechische Gott Apollo, der Sonne, Heilkunst und des Bogenschießens und der Lieder in einen störblichen Körper verbannt wurde und nun der zwölfjährigen Mac McCaffrey dienen muss. Zusammen wollen sie die wiederauferstandenen römischen Kaiser besiegen bzw. die davon abhalten, die Weltwirtschaft an sich zu reißen. Speziell Caligula und Commodus wollen in diesem Band hier neue Rom zerstören, was in San Francisco liegt und von bekannten Halbgöttern aus den vorigen Reihen Percy Jackson und Helden des Olymp bewohnt wird. Und wenn ihr jetzt absolut keine Ahnung habt, wovon ich hier rede, dann liegt es eher darum, dass hier der vierzehnte Teil in einer Kontinuität ist, also Neuanfänger sind hier recht verloren. Dafür ist Rick Riordan's Schreibstil nicht nur sehr lustig, also ich musste einige Male auch kichern und auch von einzigartigen Sätzen geblickt, die man sonst irgendwo finden wird. Es ist auch ein sehr einfacher Schreibstil und ich habe währenddessen ja Lovecraft gelesen und das hat sich echt so angeführt, dass wir in 10 Seiten Lovecraft genauso lange wie 100 Seiten Riordan, also da kommt man in einem Abend sehr schnell durch mit 100 Seiten. Der einzige Nachteil ist, in dem das jetzt halt die 14. Teilerei ist, das ist das Ganze mittlerweile ein bisschen formelhaft und vorhersehbar. Es ist immer so, dass sie am Anfang des Buches an eine neue Basis kommen, von dort aus ein, zwei Aufträge erledigen, bis sie dann im Finale um das Schicksal der Basis kämpfen und alte Charaktere im neuen Gewand treffen, sowie neue Charaktere. Zum ersten Teil, in eine neue Basis kommen, ist es nett, neue Rom wiederzusehen. Dafür sind die Aufträge, die sie von dort ausführen, halt sehr vorhersehbar, weil man weiß, dass die verkacken müssen, weil es sonst kein Finale gibt. Aber mit netter Gruppendynamik zwischen Apollo und Mac. Apollo hat eine einzigartige Stimme, selbst für die Riordan Charakterien, die zwar recht ähnlich sind vom Konzept her, weil es alles Halbgötter oder Zauberer oder so sind, die so ein bisschen sassy sind und eigentlich immer mega Panik schieben, wenn sie irgendwas machen, aber trotzdem so lustig sind. Aber dennoch schafft er es, immer wieder seinen Charakteren eine eigene Stimme zu geben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob sich Mac weiterentwickelt, weil ich die Bücher immer in einem Abstand von einem Jahr lese, wenn sie halt rauskommen, deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Band netter ist zu Apollo und dass es auch so schön ist, wie die beiden miteinander kommunizieren. Die allgemeinsten Charakteren muss ich ein paar Dinge sagen, nämlich zum einen ist der neue Charakter, Lavinia, jetzt nicht unbedingt mein Liebling, also ich fand es anfangs sehr nervig. Und ich wusste auch jederzeit, was Riordan mit ihr machen will. Also man weiß genau, okay, das ist jetzt die Rebellin, die muss dann später das und das machen und wenn sie dann weg ist, weiß man genau, was sie eigentlich tut. Also das war ein bisschen vorhersehbar. Auch ein altes Paar wiederum hat mir nicht so gefallen, nämlich Tyson und Ella. Und ich muss sagen, dass das mein, das Pärchen ist in der ganzen Kontinuität, das ich am wenigsten mag, weil die eine recht seltsame und auch ein bisschen ungesunde Beziehungen haben. Nicht nur ist Tyson, ich glaube zwölf oder so, und hat auch ein Stand-in für Geistig-Binde-Charaktere. Ella als eine Harpia ist nicht nur eine andere Spezies, sondern behandelt ihn auch nicht wirklich liebevoll, also er tätowiert sich extra für sie. Und wenn man das genau überlegt, dass sich praktisch jetzt ein Zwölfjähriger für eine Freundin tätowiert, die sich eigentlich nicht so sehr für ihn kümmert, ist schon ein bisschen seltsam. Allerdings ist auch mein Lieblingspaar nach Percy und Annabeth in diesem Band vertreten, nämlich Rainer mit absolut niemandem. Der tragische Charakter von Rainer, den ich sehr gerne mag, die ist eine meiner Lieblingscharaktere aus Helden des Olymp, hat auch eine tolle Entwicklung in diesem Teil und wird tatsächlich auch mal ein bisschen fröhlicher hin und wieder. Hazel und Frank existieren größtenteils für mich. Es tut mir recht leid, da viele Charaktere von Helden des Olymp Fanlieblinge sind, aber ich habe da eher nicht so starke Gefühle für irgendjemanden aus Helden des Olymp, weil ich die realer und für sich eher meh fand. Also ich finde die zwar alle recht sympathisch, aber sie interessieren mich jetzt nicht so und ich habe jetzt nicht so das große Mitgefühl wie zum Beispiel mit Percy oder so. Oder halt Rainer, die halt aber dann erst zum Ende der Reihe besonders wichtig wird. Es wird allerdings auch noch ein sehr cooler und relativ unbekannter Gott eingeführt in diesen Teil, den ich jetzt nicht spoilern will, aber er hat mich sehr gefreut, weil ich kann ihn selber nicht und ich fand ihn auch richtig cool. Genauso sehr gefreut hat mich auch das bombastische Finale, das in einer Schlacht um Neurom mündet und das ist jetzt kein Spoiler, weil das jetzt schon die ganze Zeit aufgehypt wird, dass es eine Schlacht um Neurom geben wird und es entspricht fast dem Hype. Also es gibt sehr viele dramatische Action-Szenen am Ende mit coolen Charaktermomenten und verfeindet natürlich mit Dry Ordens Humor. Aber es gibt auch einen sehr großen Tempfer und hier kommt ein kleinerer Spoiler. Ich tue unten in die Kommentare einen Zeitstempel hin, wann der Spoiler vorbei ist und ich sage euch zwar nicht, um welche Figur es genau geht, aber ich sage euch, was passieren wird und dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Also, Spoiler, los geht's, unten klicken, wenn ihr das nicht hören wollt. Es gibt einen Fake-Tod in dieser Schlacht. Also ein Charakter wird so getan, dass er sterben und dann kommt er aber danach wieder zurück und mit null Problemen. Dieser Tod wäre ein epischer Charaktermoment gewesen und ein perfektes Ende für dessen Charakter-Ark. Wird aber komplett über Bord geworfen, als sich herausstellt, dass die Figur noch lebt und eigentlich keinen Schaden davon gezogen hat. Wäre jedoch auch gut gewesen, den Ton für das letzte Buch zu setzen, das er dann kommt. Also dann praktisch diese Trilogie aus fünfteiligen Reihen abschließt. Aber naja, ich werde es dennoch lesen. Das nächste Buch wird wahrscheinlich wie dieses eine humorvolle und unterhaltsame, wenn auch formelhafte Geschichte mit farbenfrohen und nahbaren Charakteren und unter einigen dramatisch epischen Momenten zwischendrin, mit der man über Mythologie und Geschichte lernt. Und das ist doch genau das, warum man Ray Orden Bücher liest, beziehungsweise die speziell aus dieser Kontinuität. Es ist ja nicht lustig, sympathische Charaktere, nette Action und man lernt halt am Ende noch was. Und dementsprechend ist das viel für Fans, eine eindeutige Empfehlung. Für Leute, die noch nie was davon gehört haben, sowieso nicht, weil das ist der 14. Teil einer Reihe. Also wünsche ich euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Hier kommt ihr zu irgendeinem random Video. Da ist, glaube ich, eine Fantasy-Playlist, werde ich verlinken. Und da könnt ihr abonnieren, könnt ihr wollen, machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Ist euer Fehler, wen ihr es nicht tut. Wir sehen uns dann.